Willkommen Leute zur nächsten Folge von Endergames, ich nehm nochmal eine auf, aber ich werd wahrscheinlich nicht mal viel aufnehmen können leider. Ist ein bisschen blöd jetzt gelaufen, ich bin Holzfäller, ok. Ähm, heute ein bisschen mehr, 14 oder so, warte mal, ich guck mal, ja, keine Ahnung, ich kann's grad nicht sehen, auf jeden Fall XX, Catcraft XX, ja, ist auch dabei. Und, äh, ja, zu 14, ne, oder, keine Ahnung, ja, ich, boah, ich trau mich jetzt gar nicht mehr zu reden, Alter, das ist übelst schlimm. Ähm, Mann, naja, ich wollte auf jeden Fall ein bisschen mehr aufnehmen, aber ist dann leider nichts geworden. Vor allem auch die eine Folge, wo ich nur rumgeflogen bin, die war ein bisschen verschwendet, aber ich lad die trotzdem hoch, ich nehm die trotzdem. Ich will einfach nichts umsonst aufgenommen haben, da bin ich überhaupt nicht der Mensch von. Ich geh, glaub ich, schon mal runter, die streiten sich da oben, und da will ich nicht dabei sein, wieso bin ich jetzt wieder oben, Alter, was soll das? Ich wollte grad einen Baum fällen. Ja, genau, stell dich doch einfach in mich rein. So ein Arschloch, Alter. Ich will das Holz haben. Mann, Alter, das fliegt auch nochmal so hoch, gell? Voll scheiße eigentlich. Die Axt nutzt sich auch nicht ab, wie man sieht. Machen wir schon mal zwei Schwerter, keine Ahnung, wieso. Einfach nur so. Und die Kiste nehm ich mir auch immer nochmal mit. Komm her. So. Okay, das Schwert ist auf jeden Fall auf einer ungünstigen Position, würde ich mal behaupten. Aber wir gewinnen Abstand zum letzten Spieler. Und ich guck mal hier, hier ist noch ein bisschen Zeug drin. Leider kein Essen. Wir haben hier drei Kekse. Und die werden uns auch nicht so viel nützen, im Endeffekt. Wir müssen sie aber jetzt mal essen. Sonst regeneriere ich am Ende nicht mehr. Oh, wieso hab ich das jetzt auf die drei, Mann? Ach, erstmal gucken. Hilfe, da ist der... Oh. Ich will jetzt noch nicht kämpfen, Alter. Ich will mal erstmal so ein bisschen... Boah, zum Glück wurde ich getauscht. Alter. Wie viel Blöcke? 74. Schön. Da kann ich jetzt mich mal sortieren, hier. So. 74 immer noch. Ich suche mal immer nach Kühen. Damit wir ein bisschen Rüstung kriegen, eventuell. Auch wenn Lederrüstung nicht das Beste ist, aber immer besser als nichts. Ähm. Kann ich hier irgendwas gebrauchen? Ja, das hier. Die Werkbank auch. Die sollten wir immer ausgewählt lassen. Ach, Tracker hier vorne. Bin schon wieder voll verwirrt hier. Ach, hier Map-Grenze. Ah, komm. Ich will jetzt hier nur schnell... Mal ran. Ah, wo bin ich jetzt? 50 Blöcke. Ich... Okay, ich bin im Nichts. Sehr schön. Da will ich sein. Was ist denn das jetzt? What the fuck? Was ist das? F3 und A? Sieht man auch die Koordinaten? Ich kann mich nicht bewegen. Was ist das? Ich stehe in der Erde, oder was? Jetzt müsste ich schon wieder einen Cut machen, Alter. Regt mich auf. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder raus aus dem Loch. 108 Blöcke. Ist erstmal ganz gut. Ich hab keinen Bock, das so zu schneiden, Alter. Das richtet mich voll auf, dass ich hier ständig cutten muss. Muss ich schon mal vor zwei Folgen oder so. Oder letzte Folge. Ich hasse das, ey. Und wieso ist jetzt hier schon wieder die Map-Grenze? So, 111. Die scheinen alle am anderen Ende zu sein. Oder am Spawn. Ich weiß nicht, wie groß die Map ist. Auf jeden Fall laufen wir in die falsche Richtung. Was haben wir hier? Oh, da wollte gerade wahrscheinlich looten, die Truhe. Hat's aber nicht geschafft. Bisschen was essen noch. Mal kurz tracken hier. Okay. 84 Blöcke. Da kommt auch auf uns zu. Vermute ich mal. Ich lauf mal ne Runde. Hier ist Obsidian. Ach, die kann mal einsammeln. Dann werden wir schneller. Cool. Hab ich schon wieder ganz vergessen, Mensch. Oh, sogar für mehrere Sekunden. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Okay, ein bisschen Hammer noch. Oh, oh, oh. 120, Alter. Schon wieder am anderen Ende. So, keine Schnelligkeit mehr. Ah, hier gibt's auch keine Kühe, ne? Hier nur Schweine und so. Aber niemals Kühe. Wär ja mal zu cool gewesen. Ja, Mensch. Ist ja witzig, ne? Meine Witze. So. Ja, auf jeden Fall gucken wir mal. Sonnenblume. Da können wir uns ja hier Löwenzahn gelb draus machen, Mensch. Oh. 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 Da kommt einer näher. Oh, sehr schnell. Sehr schnell. Viel zu schnell. Ich könnte mich ergeben, weil ich hab eh nix. Jetzt müssen wir hier Kampf machen. Komm, einmal hinten noch. Geht. Ah. Okay, einmal hab ich noch gekriegt, aber... Das ist ja kein großer Anspruch. So, ich würd mal sagen... Ja, wir waren Vierter. Schön. Gut, wenn man bedenkt, wie viele am Anfang drin waren. Nicht schlecht, aber... Erster ist natürlich immer der Beste. Naja, egal. Auf jeden Fall... Kann man das aufsammeln? Ne. Das wär gut gewesen. Ich beende die Folge hier. Wir sehen uns. Haut rein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.